Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Jo, willkommen zurück hier zu Anno 1800. Es regnet hier in Manola. Wir versuchen ja uns hier zu etablieren, dass das hier unser Hub hier in der neuen Welt wird, also die Hauptstadt quasi. Hier soll ja auch irgendwann mal ein Staudamm hinkommen, habe ich mal gesehen. Schaut euch mal das hier an. Also bietet sich an, dass hier auch mal Elektrizität hinkommt. Ja, soweit sind wir aber noch lange nicht und werden, wenn es denn soweit ist, halt damit auch beginnen. Jetzt erstmal müssen wir weitermachen. Schauen, wie das hier alles klappt. Wie sah es nochmal auf La Isla aus? Ja, hier hatten wir schon ein paar Sachen abgezogen, meine ich. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob sich das hier auch weiterentwickelt hat. Die Kapelle haben wir schon mal aufgebaut. Wir warten allerdings, dass hier die Bevölkerung wächst und das auch zum Einsatz kommt. Dann werden wir nämlich schon mal anfangen mit dem Einwohneraufstieg. Aber ich warte erstmal ab. Und wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Bereit für den Einsatz. Bisher alles in Ordnung. Das sieht alles gut aus. Versorgung steht. Ich frage mich, ob man Minuseinfluss haben kann. Das werden wir auch sehen. So langsam wird das hier auch freigeschaltet gleich. Noch 10 Mann. 10 Einwohner noch. Und dann müsste das eigentlich stehen. Sehr gut. Also Kino und Strand, das kriegen wir hier noch nicht hin. Müssen wir auf die Artistas warten. Oh, Rum. Rum wird ja erwünscht. Das haben wir ja hier gar nicht. Wird hier denn intern Rum rüber transportiert? Ich meine nicht. Nee. Aber wir können ja damit schon mal anfangen. Also. Rum. Was brauchen wir für Rum? Ähm. Ja, Holz. Hm. Ja. Ja. Da will ich nochmal ganz kurz schauen. Äh. Cap Trelawney. Da werden wir hier erstmal selbst Holz anbauen. Das werden wir natürlich ändern. Zu gegebenenem Anlass. Ähm. Ja. Schauen wir mal. Waren wir es mal hier hin. Und dann würde ich hier auch mal natürlich schon mal eine Plantage hinsetzen wollen. Ähm. Wo war das eigentlich? Hier. So. Zucker. Das ist hier echt alles so noch einfach hingeklatscht. Erstmal. Wenn die nicht erst etwas bringen. Wir könnten allerdings hier auch schon mal eine Holzfällerhöhre hinsetzen. So. Sehr schön. So rumläuft auch. Ähm. Ja. Es läuft alles, ne. Es ist schon alles nice hier. Ja. Jetzt müssen wir loslegen, ne. zu Tortillas. Hierfür brauchen wir halt die Rinderfarm. Meiß haben wir in der Tortilla Bäckerei. Setzen wir mal. Oh. Der wird nicht erreicht. So. Jetzt müssen wir hier mal weitermachen. Der muss hier mal versetzt werden. 80 nur Ei. So ein Shit. Wir gucken mal, ob es reicht. Das langt hier lange nicht. Ähm. Wir sollten hier nochmal gucken, dass wir so ein paar Leute mal an... ranholen. Post natürlich produzieren wir... Ja, wir produzieren eigentlich Brillen, ne. La Isla Manola. Hm. Wir holen schon mal Brillen rüber. Schreibmaschinen und Chroniken haben wir noch nicht, ne. Produzieren wir hier schon Chroniken? Ich meine nicht. Nee. Also jetzt warten wir mal ab. Wir lassen natürlich laufen. Irgendwo stimmt hier wieder was nicht. Ja. Ich vermute mal. Willen wir mal rüberschauen? Ich vermute mal, das liegt wieder... Ja. Oh. Was ist denn hier los? Warum ist das hier so dermaßen abgesunken, Leute? Sehr interessant. Da müssen wir nochmal schauen. Wir müssen hier halt gucken, dass es passt. Rohmversorgung ist da. Ja. 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 Ja, wir warten jetzt auch nochmal auf die Brillen. Zur Stelle. Müsste ja was bald kommen. Ja. Es kommt was. Ja. 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 Die Frage ist, können wir die Rumproduktion hier rüber verfrachten? Würde ich gerne eigentlich tun. Ähm. Traktorscheune. Hm. Landwirtschaftliche Verbesserung. Frage ist, wo fangen wir mit der Landwirtschaft an? Am besten auch erstmal hier, oder? Also können wir. Wir brauchen ja Öl, ne? Hier ist so richtig viel Öl. Da brauchen wir nochmal so ein bisschen mehr von denen. Leuts hier. Ja. グesser. Ja. Ja. Gargit'sne goén. Du bist der Letters. Gargit'sne go�만. Ja. 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 Dann sollte es hier auch klappen. Zufriedenheit. Mit dem Öl wird es noch dauern. Da können wir noch nicht umziehen. Zeitung. Ja. So nächste Stufe wäre ja, also 300 hier, hier sind es auch 300. Also, um 300 zu erreichen, brauchen wir ja, wir haben 76, 19. 76. Also wir brauchen zwölf Häuser. Eins, zwei, drei. Oha, zwölf Häuser, Leute. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So. Das wird hier nochmal ein Push sein. Bald gibt es ein bisschen mehr Einfluss. Ja, aber das geht ja jetzt Hand in Hand hier mit, äh, mit der ganzen Geschichte hier. Äh, keine Ahnung, wir wollen ja auch zum Beispiel Kaffee anbauen, ne? Da bräuchte man, wie sieht es hier aus, 1 zu 30, ne? Wir bräuchten zwei Kaffeeplantagen. Ähm, also so einfach ist das nicht. Also, so einfach ist das nicht. Wir warten jetzt mal ab. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Nach dessen ist was explodiert, was denn? Ölproduktion, okay. So. Ich frage mich halt auch, was hier so ein Öldings produziert. Schön, dass Sie sich Zeit für die Feinheit nehmen. Aktueller Prozess 300. Es ist hier in der, in Capture Laune ähnlich. Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Ja, das ist ähnlich. Das macht keinen Unterschied. So. Wie sieht's aus? Sollen wir schon mal mit dem Öl anfangen? Sollen wir hier Öl fördern? Ich krieg's hier nicht alle unter ein Dach, ne? Ich will's mal nur testen. Oh, jetzt, oh, jetzt hab ich schon wieder Dings gedrückt. Äh, Kotz. Kotz. So, wie sieht's hier aus? Wenn wir das so haben. Ähm. Jetzt will ich mal ausprobieren. Hier, den kann ich versorgen. Den auch. Ja, okay. Dann ist es so. Wir machen den Ölhafen mal... Hier hin. So, jetzt wird's natürlich, äh, interessant zu sehen. Ob hier, ob wir das hier mit der Verbindung so gut hinkriegen, ja? Schaffen wir das? Komm schon, komm. Bitte, bitte, bitte. Ah, Baumaterialien fehlen, ah, so ein Shit. Bis hierhin haben wir's geschafft. Baumaterialien fehlen. Holz höchstwahrscheinlich, ne? Also, Holz wird so ein Thema. So. Dann holen wir mal ein bisschen Holz her. Krass, Leute. Öl in Manila, äh, Manila sag ich schon. Manola. Ich hol mal ein bisschen Holz und, äh, und Stahlträger. Das wird ja benötigt. Gehen wir mal rüber. Kurs halten. Ist ein bisschen dunkel zum Baum. Ich mach mal ein bisschen heller. Morgensonne. Ah, wenn er voll beladen ist, braucht er auch, ne? Also, hier unter normaler Geschwindigkeit, das merkt man, ne? Dass da Stahlträger drauf sind. Ja, so ist das. Ah, diese, diese Brücke hier, ne? Über diese Schlucht. Ja, ist schon nice. Und die Kolibri ist da. Ne, Kolibri ist die Schiffsart. Okay. So, jetzt können wir weitermachen. So, jetzt sammeln wir Öl. Und. Ah. Wie war das nochmal in Kapture Laune? Ich will mir das mal anschauen. Wie war das hier nochmal mit den Öldistributionszentren hier nochmal? Ah, okay. Tankhof. Der Tankhof muss natürlich... Ja, 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 ja. Der Tankhof muss, äh... Ordentlich versorgt werden, ne? So, jetzt ist die Frage natürlich, wenn ich in der neuen Welt hier oben, ja, schon mal anfangen möchte, Kaffeeplantagen zu haben, ne? So. Dann fangen wir ja so an. Wir sagen ja dann, alles klar, wir wollen hier... Momento. Sagen wir mal... Wir ziehen hier mal so durch, ne? Ich will mal ganz kurz mit dem Tankhof schauen. Oh, was für eine schöne Musik, ne? Oh, was für eine schöne Musik, ne? Ich würde ja den Tankhof hier haben. Wollen. Dann wäre er nämlich hier... Na, dann müssten wir hier nur noch, äh... Ja, was heißt nur noch, ne? Also, das wird nicht lang. Nee, das sollte schon so gebaut werden. Die Brücke kommt hier nicht hin. Oh, also... Also, es ist jetzt doch nicht so... Ah, fast hätte es gegeben. Also, Holz und, ja, Stahltiriger. Geben Sie uns einen Kurs. Weiter geht's. Also, es ist jetzt... Also, es ist jetzt... Also, es ist jetzt... Ja, das wird langsam. Also, wir müssen nur geduldig sein. Wir sind bereit. Und das hier so langsam, aber sicher angehen, ne? Mehr ist es ja nicht. Hier kommt so ein bisschen Landwirtschaft hin. Wir müssen gucken, ob das von der Distanz reicht. Also, erreichbar ist es überhaupt keine Frage. Keramikbruch? Ah, okay, das sehe ich das erste Mal. Wir können die Zeitung nicht bis in die Arktis austragen. Was ist denn in Taborime los? Ah, Keramik. Ja, das sind so Sachen, um die wir uns jetzt nicht mehr gekümmert haben, ne? Achso, wir sind schon da. Jetzt müssen wir diese Brücke hier rüber bauen, ne? Auch erstmal. Brücke steht. Verbindung ist da. Eigentlich sollte das jetzt gehen, ne? Wir werden jetzt dementsprechend hier schon mal die erste... Äh... Kaffee-Plantage mal hier hinbauen. Kaffee-Plantage mal hier hinbauen. Kaffee-Plantage mal hier hinbauen. Okay. Fangen wir es mal so. Ich geh nirgends hin damit. Und, ah, hier geht auch Dünger, ne? Ah, Mensch. Traktorscheune. Ja, wir fangen mal mit der Traktorscheune an, wollte ich fast sagen. Wir brauchen aber Dampfmaschinen. Und wir müssen es uns angewöhnen, dass wir das Luftschiff hier mal wieder zurückschicken. Weil wir müssten hier eigentlich Dampfmaschinen haben. Ja, haben wir auch. Was ist hier los? Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh, was war denn hier schon wieder los? Bringt hier ne Feuerwehr etwas? Dann würde ich hier mal ne Feuerwehr hinsetzen. So. Was könnte man hier noch nehmen? Stahlträger wieder, ne? Warte auf Befehle. Ich nehme erst mal Maschinen mit. So. Das muss doch irgendwie gehen. Wobei... Also wie sollten die Dinger hier schon setzen, ne? So. Und dann setze ich hier auch nochmal so ein Düngerwerk hin. Sowieso. Das pausieren wir mal. Wobei, wir könnten ja auch schon die Hacienda hier hinsetzen, ne? Fehlt alles. Fehlt alles. So. Wir sind bereit. Jetzt geht's wieder zurück. Wozu hatten wir die nochmal hier? Wegen das hier, ne? Dünger haben wir hier nicht, ne? Die gibt's nicht. Die kann man nur mit der Hacienda machen, ne? Wir machen hier mal Pause und setzen schon mal den Kaffee ein. Das muss hier irgendwie... Und jetzt holen wir mal so ein bisschen... Holz und Ziegel rüber. Bereit für den Einsatz. Befehle erhalten. So, wir müssen hier ja schauen, dass die Kaffeeplantage hier produziert. Und wir hier kein Feld freilassen, ja? Warum geht das hier nicht? Ist hier was im Weg? Ne, ne? So, einmal nochmal hier. Zack. Kann man das hier aber schon mal füllen? Ja, so, dann kann das hier gefüllt werden. Sieht doch vernünftig aus. Ja. Ja, das sieht gut aus. Dann machen wir das hier nochmal schnell fertig. Was hier natürlich nochmal passieren muss, ist, wir benötigen, ja, ein Lagerhaus. Das kommt hier hin. Oder? Oh, zeig mal her. Im Prinzip reicht es auch hier. Dann läuft es auch. Lass mal nochmal so ein bisschen... mehr hier haben. Wir trennen das mal ab. So. Also langsam, ja, langsam aber sicher. Sind wir hier dabei. Das ist ja hier wie so eine Terrasse, muss man sagen. Sieht schick aus. Und, ja, wir werden dann der nächsten Folge weitermachen, ihr Lieben. Ich danke fürs Zuschauen. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fari. Und Most Highs. Ja, das ist ja hier. Ja, wir sind ja hier. Wallen, ist ja hier. Ja, wir sind ja hier. Wir bin ja hier. Und wir werden das mal wieder. Musik Musik